Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. ...gewicht, 3x5 Minuten ist die Distanz, die ausgemacht wird. Ladies und Gentlemen, jetzt kommt für Erwachsene, Garcia Matadori und Elias Jacoby. So, stoppen war ja wirklich die Zeit jetzt dann, weil ich bin mir sicher, der Kampf... Nee, bei den Voraussetzungen, die beide... Second half, Betreuer aus dem Ring, second half, please. Ich bin mega gespannt. Niemals über drei Runden, niemals. Die werden beide richtig hinlangen. So, Garcia hat ein paar Reichweiten-Vorteile. Erster Takedown-Versuch von Garcia, gut abgewehrt von Elias. Aber Elias hat die Halle hinter sich, hat die Leute, die ihn anfeuern. So, jetzt direkt vor... Oh, was macht er, Garcia, hängt sich ein. Eher ungewöhnlich von der Technik. Er erzwingt Mertwein ja selber den... Wird natürlich auch jetzt bestraft. Ja, er wollte runter. Mit dem Takedown. Er wollte da auch hin. Aber er nimmt komplett. Du leerst die Arme raus. Weiß nicht, ob das so taktisch klug war von Matadori. Das ist eine ganz wilde Nummer. Als gefährlicher Ellbogen. Weil so einen Brocken, so einen durchtrainierenden, harten Fighter wie Elias Jacoby, den willst du nicht auf dir haben. Wenn ihm willst du vor allen Dingen nicht Raum geben, dass er irgendwas machen kann. Schon gar nicht Ellbogen oder Faustschlag. Und deshalb klebt jetzt auch Matadori an ihm wie so ein... Ja, so ein Klebeheftchen hier, wie so ein Patex. Ja, guck mal, der versucht schon, sich hochzudrücken. Der will die Hand freikriegen, der will die Rechte freikriegen. Ja, und Garcia versucht natürlich, keinen Platz herzugeben. Der will nicht das Risiko eingehen, dass er am Boden irgendwelche Fauststöße oder Ellenbogenstöße einstecken muss. Ja, der drückt sich hinten hoch, Elias. Bringt das Becken dann schon mal in eine bessere Position. Aber die haben beide so viel Kraft. Da kann einer den anderen so locker mal ranziehen und halten. Ja, und ja, jetzt wieder. Man sieht's, die rechte Hand. Und da versucht er, freizukommen, Elias Jakobi. Mit der Linken macht er hier so ein bisschen diese Oldschool-Sachen hier mal schnell die Hand aufs Gesicht. Triangel versucht. Lässt ihn auch raus. Jakobi hat wohl gemerkt, am Boden ist die 4 zu reichen. Und beide stehen wieder. Starke Aktion. Schöner Eikick von Jakobi. Und da war die Linke voll im Ziel. Das war ein Knaller. Volles Wort. Die Linke durchgezogen. Eine Minute. Ah, 2.15 bei Rund. Jetzt steht hier die Halle Kopf. Die Halle dreht völlig durch. Jakobi sitzt auf dem Zaun. Bringt seinen Leuten zu. Die stürmen jetzt hier zum Creech. Wir werden mal alles noch genauer sehen. Hier sind noch ein paar Impressionen. Man sieht's unten im Bild. Aber wir wollen warten, bis wir den entscheidenden Treffer, den entscheidenden Schlag sehen. Das ist noch alles hier am Boden. Dann aufrichten. Beide wollten wieder hoch. Beide wollten in den Stand. So, Jakobi fokussiert. Spannend richtig an. Der hat richtig aufgeladen. Dann schickt er den Kick raus. Und gleich kommt der Knaller. Gleich kommt diese Linke. Peng. Wunderschön ans Kinn. Aber die ganzen Fußstapfen drin. Aber die Mama ist am weinen oder ist die Freundin? Nein, das ist die Frau. Die Frau. Das ist Jasmin. Ich konnte es nicht erkennen. Die ist völlig aufgelöst. Aber die Mutti ist mit Sicherheit auch am rollen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, da hat Jasir Matatore kurzzeitig die Deckung vernachlässigt. Und dann flog diese Linke drüber. Aber die war auch so mit Kraft, mit Power, mit Ums. Ja, da wollte er es. Elias Jakobi. Ja, du hast dich vorausgesagt. Und absolut recht gehabt. Zwei sehr exklusive Kämpfer, wenn die aufeinander treffen. Es wäre eine Überraschung gewesen, mit der Kampf über die Zeit gegangen. Drei Minuten, drei Runden und jeweils fünf Minuten. Nee, neben, neben. Wollten beide ja auch nicht. So, Matatore steht da, war wieder Atmen, auch schon wieder ganz ruhig. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mannenkampfer Nummer sieben geht zu Ende nach zwei Minuten, drei Sekunden. Das mit dem Stehen müsste bekannt sein. Das ist mein Vorschlag, Ihre Wahl. Beide Kämpfer, Garcia Matatore, Elias Jakobi. Klar wird am Stehen applaudiert. Da gibt es gar nichts anderes. Das war eine richtig fette, schöne Nummer, die Sie hingelegt haben. Ich bin natürlich ehrlich. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zwei Minuten, drei Sekunden in der ersten Runde. Treffer und K.O.-Wirkung. Der Sieg geht an Elias Jakobi. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Setzplatz auswählen und ausdrucken.